hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hierbei gerade auf dem marsch ja ich habe nachrichten gekriegt also heißt ich habe gelesen dass kettle und kopf pleite ist das da wo schluss sein sollte offiziell weiß ich nix nun vorgelesen dass verschiedene meldungen waren geht auch in der richtung wo sich zuschauer da gemeldet haben oder leser das erklärt auch viel dass der prinzip keine informationen gab wir sind halt mal so ich mache trotzdem weiter habe da ja auch einiges vor gut da wird es keine neue karte geben keine neue früchte und so stand heute wenn die meldung komplett falschen sollten vielleicht wird sie übernommen von irgendjemandem weiß man nicht jedenfalls einmal da anscheinend schluss und ich kann im prinzip das machen was ich jetzt gemacht habe weitermachen also das ausreizt was geht leider ist ja halt mal so ja wir machen hier weiter auf feldnummer 49 wir haben hier aber der meist aus einsägen kann man sagen oder legen ist ja eine lege maschine also im prinzip lege wie die gruppe hat nicht und die verlegt die könne einzeln die könne sind ja vor einem tank ja das ist das läuft doch eine weile wie lange eine halbe stunde ja ich werde in dessen zum baumarkt fahren hatte wir haben zum hof und holen uns mal die den zweiten anhänger den hof und baumarkt geschwindigkeit im tumpf einstellen hatte ja ja kann sein das problem war jetzt gewesen dass ich prinzip immer kurz weg war und dann war das spiel lief dann weiter in anführungszeichen und ich konnte nicht speichern und dadurch muss ich einiges auch noch wiederholen das spiel wollte sich nicht mehr anklicken lassen beziehungsweise dass so ein bildschirm kommt dass ich die option machen konnte hätte machen können speichern deswegen ist jetzt baumarkt nochmal holen und grau und rot die ziegel holen auf so einem baumarkt ja da bin ich auch ein bisschen geschockt ja jetzt ja wenn keine informationen kommen ist eh blöd aber deswegen hätte ich ja eh weitergemacht ne solange und schon alle felder bestellt sind und das läuft so eine weile und kommt nichts neu ist irgendwann blöd ne man keine herausforderung mehr außer mir geld zu verdienen ja da mache ich jetzt aktuell meist die lage und angefangen mit helfer zu arbeiten das system finde ich im grunde nicht schlecht dass man jemanden also angestellte hat die prinzip den auftrag kriegen von einem feld alles abzuerten und da an dahin zu fahren ob das hier auch machbar wäre ist schwierig zu sagen weil da gibt es ja noch eine karte weiß ich genau ob das auf die felder dazu ihren festen platz haben müssen und hier sind ja die felder mehr oder weniger flexibel kann man sagen ja man kann ja mal anlegen und so ob das das system bis auch so erkennt dass sie praktisch das glaube ich eher nicht aber gut ja hier ist noch ein bisschen zeit überbrücken wir wollen dann noch mal wasser kaufen und dann geht das moor ingeben los also moor ingeben mit die wiesen die kleinen felder werde ich silage machen und die großen zumindest eins werde ich versuchen in der reutragung reizung kommen weil sie versuchen dann klappt schon ja und kettelkorps da fehlt einfach die große morderzähne kann man sagen da hat irgendwie hat es nie gereicht die anreize für ja für eine eigene karte prinzip das hat keiner gemacht mehr also grund ist dann schade nicht für konkurrenz verlässt mal einfach hat ein anderes system ist eine andere art zu spielen ich fand das oder ich finde es da ja super dass da die jahreszeiten wo stehe haben sie nie hin gekriegt weil ich mal gehört habe ich habe noch kein schnee gesehen aber was ich so gesehen habe ist ja dass es tageweise weiter ging also da war halt frühling halt frühling da war märz april und alles andere aber halt genau die tage die man halt brauchen erster zweiter so ich habe nun wieder automatisch speichern aktiviert das heißt wenn ich jetzt hier lange genug warte speichern automatisch und daher ist dann verlust nicht mehr drin was ich aber machen muss ist da aufpassen in zukunft das hier auto lohnt ist halt so ich muss trotzdem ein bisschen weiter weg fahren weil ich so dicht dran bin und dadurch lädt zwar aus aber lädt nicht gleich an ne oder stelle immer so hin das klappt nicht ne das klappt nicht äh ist da gleich an müsste ein bisschen weiter weg anhänger hätten stehen können sein dass ich da runter bin ne das klappt nicht ganz gleich ein bisschen na jetzt scheint voll zu sein ja es ist voll so gehen wir auf den zweiten anhänger so das ist mal nur ein aber das geht auch vorbei jetzt nicht ja nutzt ja auch nichts freuen wir noch 22er der jetzt hier bald kommen wird es ist auch jungs auch hier trotzdem ein risiko weil sie nur ein pferd im stall haben ne wenn das mal nicht läuft ist schlecht aber danach sieht es ja nicht aus nicht umsonst bringen sie alles auf englisch dass sie den amerikanischen markt bedienen können ne hat irgendwo schon seine gründe warum englisch machen ne der deutsche markt ist ja auch beschränkt und wenn ich den amerikanischen markt nehme da sind ja im schnitt ja einige millionen ne paar mehr ich glaube 500 millionen könnten dort kaufen das ist ja halt mal so ne oder kanada engländer ganze britische inseln australien viele sprechen englisch halt ne bei spanisch wird glaube ich größer vom bevölkerungsanteil aber gut das ist egal wichtig ist dass hier funktioniert also andere ist doch egal wenn wir das mal raus machen ob wir das sehen können ne großen transport hier mit ziegel wir müssen mal nach vorne gehen mit der anhänger da kann ich mich genau sehen wenn autoload deaktiviert da kann man die verlebt nicht mehr sehen beziehungsweise dann verschwindet von der anzeige ja die raten sind ein bisschen weil die lassen sich dann mal nicht ziehen oder nicht bewegen ne also also etwas naja gut verkehrs das ist ja auch ganz schön und günstig ist also ne der teich ja ich sag mal ganz vorsichtig ist eher ein damm für die straße da ich es ist ja im regelfall nicht weil die oft einfach mit dem aufhören in der pampa und dann kann man trotzdem ein bisschen also hinein sträuben bei hochwasser ne so wie hier zum beispiel das ist dann nicht irgendwo nicht logisch aber gut dafür war doch gleich noch nie gedacht gewesen sondern mehr als Sichtbremse für performance ne dass man nicht so viel sieht je mehr man sieht umso mehr muss man das ganze System berechnen von der cpu aktuell sehe weil 81 grad ist dann schon doch warm ne obwohl das nicht äh sehr heiß ist sondern eher so normale Thermatur ist ne also der Lüfter bewegt sich noch nicht heftig also man hört auch nix so Zementrohmer nicht da ist zu wenig da warten wir ein bisschen bis die Nade mehr voll ist ansonsten bereiten wir uns ja vor für die Wiesen die kleinen Wiesen für eine Silage kann man ja schon vorbereiten das ist ein Thema aber ich hätte mit einem Schwatter arbeiten hinterher weil da wird mehr Gras äh halt warte ich gerade aus da wird der Gras äh besser äh nutzt die Fläche besser aus und man kann beim Pressen auch alles mitnehmen und beim Einmähen ist das immer so ne ja ne Kurve wenn man so viel verdienen bleibt ne nichts aber doch nach Bei Ja, Donnerstag, 5. August. Wahnsinn, wie es halt für geht. Die gab es alles mal, ne? Um Gottnagel gibt es hier keine, also da gab es keine so eine, ja, so eine Errungenschaft kann man sagen. Ist ja okay. So, mal gucken, wie ein Großhänger hier reinkommt, ne? Kleine Baumart hier. Können sie aber auch Pflastersteine verkaufen, um die Gemeinde hier. Die Kleine. Na, ob da papiert. Der erste schon. Der passt rein. Ganz knapp, wenn überhaupt. Eine Sitzecke. Wenn im Weißen haben die draußen auch zu stehen. So ähnlich. Die dusselige Tür. Komm, die Tür geht kaputt. Mit Schwung. Deswegen fahr ich ja meistens mit 2 Volt, weil meistens zu anstrengend ist. Und hier müssen wir warten, bis er abgeladen hat, also bis er alles gebraucht hat. Dann können wir weiterfahren. Das Ende geht schon weg. Bei den Steinen dauert es ein bisschen. Ja, das ist nicht schön, aber wie gesagt, Kettel und Kopf habe ich ganz gerne gespielt. Ich hätte gerne schon eine Weiterentwicklung gesehen. Aber die Entscheidung scheint wohl nicht mehr zu kommen, die Entwicklung. Da muss ich abwarten. Aber irgendwann... Ich sage mal, auf dem Gerüst kann man sich aufbauen, ne? Ist ja so, dann werden die Firmen halt billig aufgekauft, in Anführungszeichen. Und dann... geht es irgendwie weiter. Das Grundgerüst ist ja da. Also sicherlich kann man drauf das aufbauen, ne? So, die Schauer, das soll es auch schon von heute gewesen sein. Ich möchte schon dankbar das Ganze hier reinschauen. Sag mal, tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Dann breit mir ja mit Gras vor. Tschüss. 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 Tschüss.